Hat es lang gedauert? Nein, ich bin gleich nach den Schüssen raus. Habe ihn aber bloß von hinten gesehen, den Wagen. Was für ein Wagen? Ein Wagen mit Wiener Kennzeichen. Er stand schon einige Zeit vorher da und ist dann fort wie der Teufel. Haben Sie sich die Nummer merken können? Nur ein W und dahinter ein paar Zahlen. So fünf, sechs. Viel ist das nicht, danke. Jemand sagte, hier ist das Hotel Belvedere. Kann ich am Bessmer sprechen? Ich sagte, einen Moment bitte. Dann holte ich meinen Mann. Ich sagte, Wien ist da. So der, Belvedere. Und er, was wollen die denn? Dann hat er sich gemeldet. Dann merkte ich schon, dass da was nicht stimmt. Wie er da steht und sich wegdreht. Er sagte, wer sind Sie denn? Nennen Sie doch Ihren Namen. Und dann sagte er nur, was? Und ich, Erwin, was ist denn? Und er, Jemand behauptet, man wolle mich erschießen. Frau Bessmer, es ist ganz wichtig jetzt, was Ihr Mann sagt. Was er sagte, er sagte verrückt. Das ist verrückt. Er sagte, er hat keine Ahnung nicht, wieso nicht, warum. Er war sprachlos. Er war nicht besorgt, nicht ängstlich. Nein, er hat das alles für Unfug gehalten. Tja, Frau Bessmer, es tut mir ja leid, wenn wir Sie quälen. Ja, es wird schon gehen, das ist ja wichtig. Ihr Mann war in Wien. Ja, zum Wochenende, drei Tage, mit zwei Freunden, mit Sasse und Ruth. Gut, die fahren öfter mal weg, diesmal waren Sie in Wien. Er wohnt im Hotel Belvedere. Ja. Ja, war irgendwas Besonderes in Wien? Ich meine, er hatte irgendwas erzählt. Nein, überhaupt nicht. Er war ganz vergnügt, wie immer, wenn Sie zurückgekommen waren. Haben Sie die Nummer vom Hotel Belvedere? Wenn Sie auf der Rechnung stehen. Moment bitte. Ja, hier ist sie. Seine Rechnung über 1100 Schillinge. Ist das viel? Ich weiß nicht, wie das gerechnet wird. Sie sind nicht klein, nicht mit Geld, wenn Sie unterwegs sind. Ah, hier ist die Telefonnummer. Hier ist das Telefon. Danke. Das ist der Sasse. Du warst schon? Ich bin vorbeigefunden. Ich bin vorbeigefunden. Ja, hier ist München, Kriminalpolizei. Eine Frage. Haben Sie vor etwa einer Stunde in München die Nummer 758230 gemeldet? Nein, Telefonzentrale für einen Ihrer Gäste. 758230 gemeldet. Nein? Haben Sie eine Kollegin? Moment bitte. Frau Bessmer? Ja. Frau Bessmer, es war doch zuerst das Hotel am Apparat. Ja, eine Männerstimme. Die sich meldete, Hotel Belvedere. Ja. Ja. Fräulein, besten Dank. Wiederhören. Die Telefonzentrale des Hotels wird von einer Frau bedient. Diese Frau ist seit heute Morgen 8 Uhr im Dienst. Der Anruf kam nicht vom Hotel. Verzeihen Sie, Sie sind Herr Sasse? Ja. Sie waren einige Tage mit Herrn Bessmer in Wien. Wir waren zu dritt in Wien. Bessmer, Rot und ich. Und von wem haben Sie gehört, was hier passiert ist? Er hat mich doch angerufen. Er hat Sie angerufen? Ja, Bessmer rief mich an. Er sagte, du, ich habe da einen seltsamen Anruf bekommen. Jemand will uns umbringen. Uns umbringen? Ja, das sagte er. Jemand sei von Wien nach München gekommen und wollen uns umbringen. Aber die Namen genannt. Bessmer, Rot, Sasse. Ich sagte, Mensch, machst du Witt? Da knallte es. Ich wusste, warf ich, was los ist. Ich dachte, Mensch, melde dich doch. Was ist los? Was soll denn das? Er ist über die Straße weg erschossen worden. Wahrscheinlich aus einem Wagen heraus. Dunkter Peugeot, mehr haben wir nicht. Niemand hat gesehen, wer dazugehört. Ja, danke. Frau Bessmer, könnte ich Herrn Sasse mal einen Moment allein sprechen? Ja, natürlich nicht. Nein, bitte bleiben Sie hier. Wir gehen, glaube ich, da hinein. Bitte, Herr Sasse. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, kann ich Sie anrufen? Ja, Sie brauchen uns nur die Nummer zu geben. Ich wollte Rot anrufen. Das habe ich angenommen. Wie ist die Nummer? Ich wollte Ihnen sagen, was passiert ist. Das können wir ja auch. Ja, natürlich. Die Nummer ist 64 63 13. Also, Herr Sasse, was war in Wien? Ach, Herr Kommissar, wollen wir nicht wachen, bis... Ja, hallo, wer ist da bitte? Hier ist Jochen Roth. Nein, das ist mein Onkel, aber er ist im Moment nicht. Wer ist denn am Apparat? Nein, er ist nicht. Bleiben Sie mal am Apparat, ich will mal nachsehen. Thiel, ist mein Onkel weggefahren? Moment mal bitte. Rot ist im Moment nicht da. Er sei weggefahren. Ja, und wer ist da am Apparat? Der Neffe. Soll ich ihm sagen? Nein, 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 das kann ja Harry machen. Du fährst am besten gleich jetzt. Wie ist die Adresse? Felix Dahn, Straße 12. Ähm, hallo? Ja. Nein, ich weiß nicht, wohin. Er ist in größter All in den Hof runter, hat den Wagen genommen. Was sagen Sie? Herrn Bessmer, ja, den kenne ich. Der war doch mit meinem Onkel in Wien. Ja, ich sage den größter All. Moment, Thiel. Ist er vorher telefoniert worden? Ja. Weißt du, wer angerufen hat? Nein. Hallo? Ja, es ist angerufen worden, aber es ist nicht bekannt, wer angerufen hat. Sagen Sie, was ist denn passiert? Es tut mir leid, darüber kann ich Ihnen im Moment keine Auskunft geben. Auf jeden Fall, wenn Ihr Onkel nach Hause kommt, er soll das Haus nicht verlassen, es kommt jemand hin. Ja, danke. Ist nicht zu Hause? Nein. Ja. Also, Herr Sasse, was war in Wien? Was soll in Wien gewesen sein? Nichts. Ich versichere nicht, was überhaupt nicht über sich denken soll. Also fangen wir doch mal von vorne an. Sie sind zusammen mit Bessmer und Rot nach Wien gefahren. Wann? Vor fünf Tagen. Am Freitag, Freitagabend. Warum sind Sie nach Wien gefahren? Warum? Weil wir fahren manchmal über das Wochenende weg. Und Bessmer, Rot und ich und wir. Warum? Weil wir sind befreundet miteinander. Das hat sich eingebürgert seit Jahren, dass wir manchmal wegfahren. Nur wir drei. Niemand sonst. Wie oft ist denn das? Drei oder vier Mal im Jahr, ganz ordentlich mäßig. Wohin? Nach Paris, nach Hamburg, nach Straßburg. Diesmal also nach Wien? Ja. Ja, was haben Sie denn gemacht in Paris, Hamburg, Straßburg? Wir sehen uns Städte an, Sichtchen, was es gibt. Museen, Bauwerke. Wir essen gut, wir trinken. Wir machen alles möglich. Und das haben Sie jetzt auch in Wien gemacht? Ja, ja. Und es war in diesen drei Tagen nichts Besonderes. Nein. Wissen Sie, das glaube ich Ihnen einfach nicht. Heute ruft jemand an, warnt Bessmer, und nicht nur ihn, sondern auch Sie und den dritten Mann, warnt vor einem Mord, der dann tatsächlich auch passiert. Bessmer wird in einer Telefonzelle zusammengeschossen. Und Sie sagen, in Wien ist nichts passiert? Ja, das sage ich. Herr Sass. Bessmer hat Sie an, du? Ja. Warum hat er nicht von seiner Wohnung ausgesprochen? Er stand doch direkt neben dem Telefon. Warum ist er auf die Straße hinausgelaufen, in eine Telefonzelle? Weil er ungestört telefonieren wollte. Weil seine Frau auf keinen Fall hören durfte, was er sagte. Also, was war in Wien? Bessmer sagte, der Mann kennt das Mädchen. Was für ein Mädchen? Die Sache war nämlich so. Wir waren in Grinzing. Und das war ja mit ein Grund, weswegen wir mal nach Wien gefahren sind. Grinzing, heurigen trinken. Das haben wir getan. Es war sehr gemütlich. Es war ganz besonders schön. Wir fühlten uns wohl. Sie waren betrunken? Ja. Natürlich waren wir das. Das waren wir ganz bestimmt. Aber nicht so, dass wir... Ich meine, wir waren nicht sinnlos betrunken. Wir waren in Fahrt. Richtig in Fahrt. Sagen wir mal so. Da sahen wir das Mädchen. Ein junges Mädchen. Ein ganz besonders reizendes Mädchen. Das muss ich sagen. Es war mit einer Gesellschaft da, die gerade im Aufbruch vergriffen war. Ja, das Mädchen ging nur ungern mit. Das ließ sie uns deutlich merken. Wir waren sehr enttäuscht. Aber plötzlich, nachdem schon alle gegangen waren, da stand sie an unserem Tisch und sagte, wenn die Herren versprechen, dass wir nicht zur Fahrt sein wird, wie bei der anderen Bagage, dürfen mich die Herren gern auf ein Glas einladen. Das ließen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Katja, so hieß sie, hat sich zu uns gesetzt und getrunken, weitergetrunken. Das hatte ich auch vorher schon getrunken. Es kann nur dieses Mädchen gemeint sein, das Besma eingeladen hatte, das sie nach Hause bringen wollte, was sie auch getan hat. Nach mein Taxi und fuhr los mit... Katja hieß sie, äh, wissen Sie nachnamen? Nein. Nein, den weiß ich nicht. Adresse haben Sie sicher auch nicht. Nein. Tja, Herr Sasse. Da bringt also der Herr Bessmer ein junges Mädchen, das er in Prinz hin kennengelernt hat, einfach mit nach Hause. Und das dafür in einer Telefonzelle zusammengeschossen. Da muss doch also mehr passiert sein. Hat er gar nichts erzählt am nächsten Tag? Nein. Sie waren aber am nächsten Tag mit ihm zusammen? Ja, natürlich. Und er hat nichts erzählt von dem Abend? Nein. Von dem Mädchen, das er mitgewacht hat? Nein. Was sind Sie von Beruf? Buchhandler. Verheiratet? Ja. Kinder? Nein. Wo ist Ihre Wohnung? Neben der Buchhandlung der Kalti oder Straße. Tja, da muss ich Sie also unter Polizeischuss stehen. Was? Was heißt das, Herr Kommissar? Ja, wollen Sie auch zusammengeschossen werden? Wo warst du? Wir haben angerufen. Du warst nicht da. Das ist der Kriminalpolizei. Sie sind Herr Roth? Ja. Der mit in Wien war? Ja, der bin ich, ja. Ich habe mir das gerade hier angesehen. Dann hat jemand Bessmer erschossen. Hat Sie jemanden angerufen? Ja, deine Frau. Sie rief an und sagte, mit Bessmer ist was passiert. Das Agnes hat dich angerufen? Ich habe mich gleich in den Wagen gesetzt und... Ja, bist du schon bei Frau Bessmer gegangen? Nein, noch nicht. Nein, nein. Ich wollte noch nichts sehen auf. Was ist denn das bloß für eine... für eine verrückte Sache? Wagen mit einer Wiener Nummer ist hier gesehen worden. Wiener Nummer? Soll hier gestanden haben, da drüben. Bessmer hat also das Mädchen eingeladen. Ja, hatte er. Warum sollte er nicht? War ein sehr nettes junges Mädchen. Hübsch, schweizend, freundlich. Er hat sich ohne Umstände zu uns an den Tisch gesetzt. Wie alt war das Mädchen? Anfang 20. Oder älter? Mitte... Mitte 20. Also Mitte 20. Name und Adresse ist Ihnen auch nicht bekannt? Sie hieß Katja. Mehr sagte sie nicht und mehr interessierte auch nicht. Wie lange haben Sie dann noch zusammengesessen? Wie lange? Ungefähr eine Stunde. Ich weiß es nicht. Also eine Stunde, wenn er es sagt. Und dann hat Bessmer sein Taxi kommen lassen? Ja. Hast du das denn nicht schon alles erzählt? Ja, das habe ich erzählt. Also er fuhr los mit ihr. Würden Sie das Taxi wiedererkennen? Taxi wiedererkennen? Taxi wiedererkennen? Ja. Ja, was verlangen Sie von mir? Er meint, dass Sie vielleicht den Fahrer beschreiben können. Es gibt es ja manchmal, dass Sie einem auffallen. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Haben Sie und Herr Sasse Ihren Freund Bessmer mit dem Mädchen an den Wagen gewacht? Nein, nein. Das war seine Sache, Bessmers Sache. Und dann haben Sie Bessmer erst am nächsten Morgen wieder gesehen? Ja. Und da hat er Ihnen gar nichts erzählt? Was soll er denn erzählt haben? Na ja, wo das Mädchen gewohnt hat, wie weit und ich meine, wohin er hat fahren müssen. Nein, kein Wort hat er gesagt. Ich verstehe auch gar nicht, warum Sie der Sache mit dem Mädchen eine solche Bedeutung beimessen. Sind Sie verheiratet, Herr Roth? Nein. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Fabrikant. Wissen Sie, ich muss der Sache mit dem Mädchen Bedeutung beimessen. Allen Einzelheiten Ihres Aufenthaltes in Wien. Das ist eine Frage, die Sie sich selbst stellen müssen. In Ihrem Interesse. Denn die Warnungen gingen ja nicht nur an Bessmer allein, sondern auch an Sie. Und an Sie. Wir werden Sie ebenfalls unter Polizeischutz stellen. Polizeischutz? Das möchte ich nicht. Das will ich nicht. Ich sehe auch keinen Grund. Ach, Sie sehen keinen Grund. Einer Ihrer Freunde ist auf offener Straße erschossen worden. Eine Sache, die Sie sich gar nicht erklären können. Nein. Harry ist doch mal parat. Hallo, Chef. Ja. Ja, ich wollte ja nur... Ach, Sie haben Roth schon. Warum sagt mir das denn keiner? Harry, wie viele Leute sind da in der Wohnung? Ja, so schön. Villa. Alter Neffe und... War es ein richtiger Diener? So was gibt es noch? Ja, so gut, bitte. Harry, was ist rot für ein Mann und was das mit der Reise nach Wien auf sich hat, ja? Das muss ich wissen. Ja, nur fragt die Leute. Ja, in Ordnung. Ist gut. Sie haben ihn gefunden? Ja. Er ist im Büro bei uns. Und was ist? Was sagt er? Hat sich irgendwas ergeben? Es geht um die Reise nach Wien. Wissen Sie, was Ihr Onkel in Wien wollte? Was er in Wien wollte? Keine Ahnung. Die fahren öfter zusammen weg. Bessmer, Sasso und mein Onkel. Das sind alte Kameraden aus dem Krieg, wissen Sie. Ja, aber warum verreisen Sie zusammen? Ein Mensch ins Kind, weil sie auf die Pauke hauen wollen. Mein Onkel kann ja, wann er will, aber die beiden anderen sind ganz schwer verheiratet. Ach so. Na, nehm ich an. Wissen Sie, mich haben Sie nie mitgenommen, aber was ich so mitgekriegt habe... Freund Weber? Ja, das ist Jochen Roth. Ich komme ein bisschen später heute. Ich nehme an, mein Onkel auch. Wie? Nein, das kann ich noch nicht sagen. Ja, bis später. Also nicht nur Museen und Ausstellungen. Aber woher denn? Die waren froh, wenn sie von zu Hause weg waren. Was hat denn Ihr Onkel so von Wien erzählt? Ach, das ist fabelhaft wahr. Aber wenn Sie mich genau fragen... Er hat ein bisschen weniger erzählt als sonst. Sagen Sie, wohnen Sie hier im Haus? Jawohl. Schon lange? Schon sehr lange. 20 Jahre jetzt. Versorgen Sie auch einen Haushalt? Ich meine, kochen Sie auch? Ja. Gab es denn nie eine Frau hier im Haus? Warte. Entschuldigen Sie mich. Agnes, ich beschwere dich. Das ist ein Rätsel. Wir stehen alle vor einem Rätsel. Wir haben keine Erklärung. Wirklich keine? Wieso fragst du? Na, das hat doch mit Wien zu tun. Oder nicht? Wien. Wien. Ja, es muss mit der Reise nach Wien zu tun haben. Wann schließen Sie die Buchhandlung? Jetzt gleich. Gleich. Das war alles ziemlich offen hier. Wer rein will, der kann natürlich rein. Ist das so wichtig für dich? Musst du dich jetzt verstecken? Also Agnes, ich weiß nicht, was das bedeutet. Das sind doch Sicherheitsvorkehrungen. Oder sind das keine? Ja, Sie haben vollkommen recht, mir vor. Das sind Sicherheitsvorkehrungen. Bessmer wurde gewarnt vor einem Mordanschlag. Aber die Warnung galt nicht ihm allein. Nein, nein, sie galt allen dreien, weil sie in Wien waren. Was war denn in Wien? Nichts. Sagt ihr Mann. Nichts. Ihre Wohnung ist gleich anschließend. Ja. Können wir sie mal sehen? Bitte. Ja, danke. Sie sehen, ich bin heil nach Haus gekommen. Wollen Sie noch mit drauf kommen? Ja, ich hätte mir gern die Örtlichkeit noch angesehen. Wieso? Sie haben doch schon einen Mann hier. Na? Haben sich alles ein bisschen angesehen? Ja, so ziemlich. Was meinen Sie denn? Werde ich gut schlafen heute Nacht? Ich hoffe. Wissen Sie, Sie haben hier einen großen Besitz. Der lässt sich nur schwer überwarten. Wieso? Wollen Sie mir Leute in den Garten stellen? Ich glaube, es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Bessmer wurde in einer Telefonzelle ermordet. Sie umzubringen, hier. Es dürfte bedeutend einfacher sein. Ihr Mann soll sich nicht am Fenster zeigen. Man kann er reinsehen. Der ist völlig fertig mit Nerven. Er wird gleich reden. Ein Fabrikant, ein Gärtner und ein Buchhändler fahren ab und zu weg. Nach Köln, nach Straßburg, nach Paris. Mein Mann sucht sich die Kunstführer selber aus. Er steckt sie ein. Er bringt die Bücher wieder mit und ich weiß genau, dass er sie nicht einmal aufgeschlagen hat. Denn Kunst interessiert ihn nicht. Es gibt nur eine Sache, für die die Herren sich interessieren. Frauen. Deswegen fuhren sie nach Straßburg und nach Paris. Und deswegen sind sie auch nach Wien gefahren. Herr Magnus. Was für Mädchen waren es denn diesmal? Es war nur von einem Mädchen die Rede. Bessmer hatte es kennengelernt. Eine Katja. Anfang 20. Katja. Anfang 20. Du hast doch gehört, es betraf mich doch gar nicht. Es war Bessmer. Stand auf und sie hat sie an unseren Tisch geholt. Es war nicht ich, es war Bessmer. Ja, und Bessmer hat dann diese Katja auch nach Hause gebracht. Nach Hause? Nicht mit ins Hotel? Aber Herr Magnus. Natürlich hat er sie mit ins Hotel genommen. Nicht gleich. Natürlich nicht gleich. Zuerst einmal wurde er ordentlich getrunken. Oder nicht? Ja, ja. Natürlich getrunken und Spaß gemacht. Das ist eine sehr wichtige Sache, der Spaß dabei. Drei fröhliche Herren, die ihren Spaß machen und glauben, dass auch andere ihren Spaß verstehen müssen. Das Mädchen war betrunken. Herr Hagen. Natürlich war sie aber. Es war doch Bessmer, der sie mit ins Hotel genommen hat. Also hat er. Ja, warum haben sie das verschwiegen? Das wollte er doch nicht. Bessmer ist tot. Es ging es doch nicht an. Ihr habt allen im gleichen Hotel gewohnt? Ja, natürlich. Und Bessmer hat dieses Mädchen mit aufs Zimmer genommen. Katja. Ungefähr 20. Hübsch? Ja, ganz hübsch. Blond? Ja, blond. Eine hübsche Figur. Warum fragst du? Ich glaube, ja, ich habe nicht darauf geachtet. Nicht darauf geachtet. Das ist das erste, worauf er achtet. Wenn eine Kunde den Laden betritt, sieht er sie an von oben bis unten. Und Bessmer hat dieses Mädchen, dieses betrunkene Mädchen, aufs Zimmer genommen. Und ihr habt davor gelegen und habt geklopft. Bessmer. Mach doch auf. Warum machst du nicht auf? Nein, nein. Wie kommst du darauf? Ich kenne dich doch. Haben sie geklopft? Hat Bessmer sie reingelassen? Soll ich rausgehen? Herr Sasse. Bessmer kam zu mir und sagte, Sasse, komm du jetzt. Komm du jetzt. So geht's natürlich auch. Alte Freunde. Kampfgefährten. Gewohnt alles zu teilen. Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend. Sie sollten aber nicht nachts an Ihrer heller leuchteten Haustür stehen. So, meinen Sie. Aber ich werde gut bewacht. Thiel. Ja, bitte. War was? Nein, nichts. Sie wollen mir Polizisten in den Garten stellen, habe ich gehört. Aber das ist nicht nötig. Dieser Mann macht das besser. In Ordnung, Thiel. Kommen Sie bitte. Klar. Bitteschön. Noch zwei Gläser, Jochen. Naja, ich sehe, er hat geredet. Bei einem Mann wie Sasse war es nur eine Frage der Zeit, bis er redet. Sasse war wie verrückt mit dem Mädchen. Warum auch nicht? Jung, Anfang 20. Eine wahre Schönheit und nicht zimperlich. Sie hatte Scham, sie hatte einen offenen, verriegenden Scham. Ja, nicht ängstlich, nicht bürgerlich. Sie war, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen, sie war von gelassener Kühnheit. Sie haben keine Adresse, keinen Anhaltspunkt? Nicht den geringsten. Fahrt schon voraus ins Büro, ich komme in einen Leichnach. Sagen Sie, haben Sie einen Moment Zeit für mich? Was meinen Sie? Soll ich mitkommen? Nein, nein, das ist nicht notwendig. Naja, es muss ja nicht unbedingt hier sein. Herr, erzählen Sie mir mal, Sie leben bei Ihrem Onkel, ja? Ja, ja, ja. Meine Eltern sind bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Ich arbeite auch in seiner Firma. Und wie sind die Verhältnisse Ihres Onkels? Meinen Sie seine finanziellen oder seine sonstigen? Naja, seine finanziellen Verhältnisse sind glänzend. Ich glaube, er ist Millionär. Warum glauben Sie, ist er nicht verheiratet? Weil, äh, na, er wollte seine Unabhängigkeiten hier aufgeben. Er will auf kein Vergnügen verzichten. Hat es in seiner Beziehung zu Frauen jemals etwas, äh, sagen wir, etwas Ungewöhnliches gegeben? Ungewöhnliches? Nein, nein, das glaube ich nicht. Er hat seine diversen Liebschaften immer recht großzügig behandelt. Aber vielleicht ist das Mädchen in Wien verheiratet oder deinem Freund, deinem Bruder. Irgendjemanden, der jetzt hierher kommt und... Meinen Sie nicht, Herr Kommissar, es wäre das Beste, irgendjemand führe nach Wien und würde in dem Lokal anfangen, in dem Bessmann das Mädchen angesprochen hat? Ich habe schon zu meinem Onkel gesagt, lass mich fahren, gleich morgen, wenn du willst. Was hat Ihr Onkel geantwortet? Unter keinen Umständen, hat er gesagt. Aber meinen Sie nicht auch, Herr Kommissar, dass das das Beste wäre? Wir haben Inspektor Marek in Wien erreicht. Er hat uns Amtshilfe zugesichert. Er geht morgens selbst ins Hotel Belvedere. Sollte nicht jemand von uns mit? Na ja, vielleicht, das überlegt mir noch. Das Mädchen muss sich doch ausführen machen lassen. Was um Himmels Willen haben die drei in Wien angestellt, dass jemand zwei Tage später kommt und schießt. Warum kommst du nicht schlafen? Schlafen, schlafen. Darf ich dann reinkommen? Was sagst du denn bloß, damit du sagen kannst, was willst du denn hier? Ich bleibe hier. Wie lange noch? Jede Nacht jetzt? Lass mich in Ruhe. Geh schlafen. Das kann ich nicht. Nachdem ich mir deine Ausführungen mit anhören musste. Ich höre diese Katja. Jung, hübsch, blond. Ja, ganz hübsch. Und eine sehr gute Figur. Ja, doch, warum? Ich kann nicht schlafen. Stell mir mal vor, wie das war. Beste mal, der kommt und sagt, Sasse, jetzt bist du dran. Komm rein, das Mädchen ist jetzt so betrunken. Du kannst mit ihr machen, was du willst. Was hast du denn mit ihr gemacht? Willst du mir nicht sagen, was du mit dir gemacht hast? Warum nicht? Es muss da etwas passiert sein. Etwas, wovon bis jetzt niemand gesprochen hat. Sag schon! Kannst du mich in Ruhe lassen? Helmut! Helmut! Mach die Tür auf! Du sollst die Tür aufmachen! Und warum machst du nicht auf? Womst du vielleicht die Pumpe darum herum, wie alles zu erzählen? Du musst, du musst! Beide Streifenbeamten waren natürlich prompt auf der anderen Seite, während es passierte. Haben Sie den Wagen gesehen? Nein. Haben Sie die ganze Nacht hier gestanden? Ja. Darf ich Ihnen was bemerken? Nein, nichts. Sind Sie nicht müde jetzt? Das macht nichts. Das macht nichts. So, früh am Morgen, Herr Kommissar? Ist was passiert? Sasse. Was ist los? Sasse ist der Morgen. Worte. Erschossen wird die Schaufelzer-Scheibe. Großer Gott. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich habe auch keine Erklärung dafür. Was hat man gesehen? Ein Wagen wieder mit einer Wiener Nummer vielleicht? Nein, diesmal nicht. Wo ist Ihr Schlafzimmer hier im Haus? Hier drüber, einen Stock höher. Ich habe eine Pistole auf dem Bett. Aber hier wird doch niemand herkommen, doch nicht ins Haus hier. Das glaube ich nicht. Und Sie waren die ganze Nacht hier in Ihrem Zimmer? Ja, natürlich. Wo soll ich denn sonst gewesen sein? Aber was mache ich jetzt? Ich kann doch nicht den ganzen Tag hierbleiben. Ich habe eine Firma. Ich muss arbeiten. Oder darf ich das nicht? Selbstverständlich dürfen Sie das nur. Herr Grabert wird Sie hinbringen. Haben Sie solche Angst um mich? Und Sie? Haben Sie gar keine Angst? Doch. Uns keine Angst. Kommissar! Schnell! Aber wieso denn? Was hat er Ihnen denn getan? Bitte legen Sie nicht auf! Erklären Sie mir doch, worum es geht! Und sagen Sie mir Ihren Namen! Wer sind Sie? Hören Sie! Hören Sie bitte! Legen Sie nicht auf! Sie können doch nicht einfach ohne jede erklär... Hallo! Aufgelegt. Der Mann aus Wien war es. Er hat gesagt, Rot hätte keine Chance. Er hätte so wenig eine Chance wie Bessmer und Sasse. Ja, und der Wortlaut. Haben Sie den genauen Wortlaut? Ja, hallo? Bei Rot. Ach, du bist es, Rehbein. Ja, was gibt's denn? Chef, er wurde von Wien angerufen. Inspektor Marek. Er hat mit dem Portier vom Belvedere gesprochen. Der erinnert sich an das Mädchen. Und ob Sie in sich das nächste Flugzeug nehmen wollen? Gut, Rehbein. Ja, ich komme sofort. Danke. Tja, den genauen Wortlaut. Können Sie ihn wiederholen? Ich meine, wie hat sich der Mann gemeldet? Ja, er hat gefragt, wer ist am Apparat? Ich sagte, Rot. Und auf ihn sagte er, hier ist der Mann aus Wien. Ich habe Bessmer erschossen. Ich habe Sasse erschossen. Ich werde auch Sie erschießen. Sie? Ja, ich sagte, hier ist Jochenrot am Apparat. Auf ihn sagte er, waren Sie in Wien. Ich sagte, nein, das war mein Onkel. Und auf ihn er... Dann sagen Sie Ihrem Onkel, dass ich ihn erschießen werde. Wie die anderen. Ich glaube, ich nehme die nächste Maschine nach Wien. Kommissar Keller. Marek ist mein Name. Oberinspektor Marek. Herr Inspektor, ich freue mich. Ich auch. Herst und Willkommen in Wien. Sie sind ja bei uns sehr bekannt. Ja, Sie sind bei uns auch sehr bekannt. Ja, sind wir zwei alte Bekannte. Wir haben auch so oft telefoniert miteinander. Zuletzt wegen der... Ah, ja, ja, das war... Nein, ich weiß es doch nicht. Na, bravo. Ist auch bloß. Also, was machen wir jetzt? Darf ich Sie einladen auf einen Kaffee oder auf einen Glatel Wein? Oder pressiert? Ja, leider nicht. Bei euch pressiert Sie immer. Also fahren wir gleich hin zu dem Trudscher. Sagen Sie, wie haben Sie das so schnell ausfindig gemacht? Ach Gott, wie immer. Routine, Beziehungen und ein bisschen ein glücklicher Zufall. Schauen Sie, was so ein Hotelportier ist. Macht doch so, wie wenn er nichts hören und nichts sehen würde. Dabei hört er und sieht er doch alles, was in seinem Hotel vorgeht. Das ist die Staatsoper, gell? Ah, ja? Ja, der rückwärtige Eingang, der Bühneneingang von der Staatsoper ist das. Andererseits, schauen Sie, wenn irgendein Kongress ist oder eine Tagung, was wollen die Herren, wenn der Kongress aus ist und wenn Sie genug debattiert und getagt haben? Immer dasselbe. Natürlich. Und dann stoßt unweigerlich irgendeiner auf ein Mädel wie diese Moosbacher. Ja. Sehen Sie, da ist einmal der Philipphof gestanden, der berühmte, den gibt es nicht mehr. Und da vis-à-vis ist die Albertina. Und hier soll einmal ein Erholungszentrum werden. Also, diese drei Münchner Herren haben das Mädel ins Hotel mitgebracht. Der Portier sagt, der kennt sie von früher. Er sagt, sie hat ihm zugezwinselt, wie sie es ins Hotel eingeschleust haben. Drei Herren, Devisenbringer. Der Portier hat wieder einmal gemacht, wie wenn ich's hören und ich's sehen würde. Sehen Sie, das ist das Dorotheum. Das ist die berühmteste und älteste Pfandleianstalt von der ganzen Welt. Andererseits, diese Moosbacher ist ein anständiges Mädel, so blöd das klingt. Mein Gott. Sie tut's halt gern, nicht? Aber nie viel Geld. Sie ist, wie man bei uns sagt, ein Gustermensch. Wissen Sie? Sie nimmt sich den Mann, auf den sie einen Gust hat. Ob er will oder nicht. Aber es will eh jeder. Da wohnt sie. Was hat sie für einen Beruf? Friseuse, sie übt so aus. Sie hat auch heut gehen sollen in ihren Salon in die Kärntnerstrasse, wie ihr gesagt, rufst an, sagst, du fühlst dir nicht wohl. Sagen Sie, und sie weiß, worum es sich handelt? Nein, nur, dass es um die drei Münchner Herren handelt. Sie hat ein bisschen Angst, dass man's angestellt hat, wissen Sie? Sie ist auch ein Halbseiter, ne? Ja, aber ich hab gut. Moment. Ja, ja. Darf ich den Herrn vielleicht irgendetwas anbieten? Soll ich einen Kaffee machen, Herr Kommissar? Oder mögen Sie keinen Wiener Kaffee? Doch, sehr gern. Wenn's Ihnen keine Mühe macht. Ach, überhaupt. Oder lieber weinen. Ich hätt auch Wein. Oder vielleicht erst einen Kaffee und dann weinen. Ja, ich glaub, das mach ich. Moment. In diesem Punkt ist der Bess mal zu beneiden. Nachträglich. Ja, da hat er was gehabt. Hier, stell' Sie mir mal Ihre drei Münchner Helden vor. Draußen, beim Herrigen. Ja, ich stell' Sie mir vor. Leicht angetrunken, auf Abenteuer aus. Sitzen hier und... Mit leichter Torschlusspanik. Und sehen dieses Mädchen. Das Anblick, was? Das Mädchen? Ja, die Stadt. Achso, ja. Es dauert nicht mehr lang. Es wird gleich so weit sein. Was soll ich gemacht haben? Wenn dem Münchner Herrn Geld fehlt, ich hab's nicht genommen. Ich verdiene mir selber genug. Nein, nein, um Himmels Willen. Das hat ja niemand behauptet. Es geht lediglich um die Einladung der drei Herren. Herrn Westmeier und Klasse, Herrn Roth. Den Namen hab ich vergessen, aber... Sie waren sehr reizend. Sie haben mich gefragt, kommen Sie an unseren Tisch und... Ich hab gesagt, warum nicht? Na, warum sollte ich auch nicht? Na, Sie sind aber mit den drei Herren ins Hotel gegangen. Ja, bin ich. Ich bin mitgegangen. Warum sollte ich auch nicht? Ist doch meine Sache. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mir war fad, ich wollte nicht nach Hause gehen. Hat mir Spaß gemacht. Ich mag die jungen Leute nicht. Was soll man mit so dummen Buben anfangen? Ich stehe eben auf gesetztere Herren. Die drei waren sehr komisch. Wir haben zwei Stunden lang gelacht und dann haben sie gesagt, das heißt, einer hat gesagt, kommst du mit zu mir? Ich bin mitgegangen. Aber ich mein, das kann mir doch niemand verbieten. Leben Sie ganz allein. Ja, warum? Warum, warum? Das kennt doch ein Geben, ne? Ein Freund. Freund. Bekannte, ja, viele, aber Freund. Was ist ja nun mal ein festen Freund. Ja, jemand, der nicht so ganz damit einverstanden wäre, dass Sie einen Abend oder eine ganze Nacht mit Zufallsbekanntschaften verbringen. Nein, nein, da gibt es niemanden, der ich wüsste... Und dann vielleicht. Hab ich niemanden. Ja, es ist der Café. Ist das eigentlich nachgeprüft, dass da wirklich niemand war? Ja, ja, das ist alles recherchiert. Ganz genau. Ich bin eh gewundert, dass Sie so scharf sind auf die Moosbacher. Mein, kriminalistisch. Ja, lieber Kollege, das ist eine Fehlanzeige. Da ist weit und breit kein Motiv. Und doch sind zwei von drei Menschen erschossen worden, weil sie nach Wien gefahren sind. Und der Dritte wartet auf seinen Mörder. Ach, verdammt nochmal! Lass mich doch machen, was willst du denn haben? Bitte lass mich in Ruhe, ja? Entschuldige. Kann das selber. Entschuldige. Na ja, entschuldige du, ich bin nervös. Ist auch kein Wunder, wenn man nervös wird hier in seinem eigenen Haus. Komm nicht in die Fenster, nicht an die Türen. Ach, endlich. Ich muss Sie bitten, dieses Zimmer nicht zu verlassen. Warum nicht? Das wissen Sie doch. Warte noch hier, Rehbahn. Alles in Ordnung? Ja, rufe Sie es bei mir. Es ist quasi nichts passiert. Harry, du kommst mit der Rehbahn erst, wenn ich dich rufe, ja? Warum nicht? Na, sie wird dir alles erklären. Herr Kommissar! Ich möchte ein Geständnis ablegen. Was wollen Sie? Suchen Sie was? Kommissar! Was macht denn Thiel da hinten? Er bewacht das Haus, nehme ich an. Wie geht's Ihrem Onkel? Oh, nicht besonders, glaube ich. Aber das ist ja kein Wunder. Gibt's was Neues, Herr Kommissar? Ja, kam bitte. Herr Kommissar, Sie waren in Wien? Ja, das Mädchen ist ausfindig gemacht worden. Sie heißt Magda Mosmacher. Ich habe mit ihr gesprochen. Und was haben Sie herausbekommen? Nichts. Nichts Besonderes. Drei Herren reisen nach Wien, amüsieren sich. Niemand, der ihnen das Übel genommen hat. Niemand, der verstört, gekränkt oder beleidigt war. Niemand, der auch nur den geringsten Grund gehabt hätte, sich ein Auto zu nehmen und nach München zu fahren und drei Leute zu erschießen. Was heißt das? Das heißt, dass das Motiv für den zweifachen Mord gar nicht da zu suchen ist, wo wir es gesucht haben. Nicht bei den Mädchen in Wien. Überhaupt nicht in Wien. Das Motiv muss also ganz woanders liegen. Wo denn? Der Anruf kam nicht aus Wien. Auch der Wagen kam nicht aus Wien. Ja, aber Herr Kommissar, ich... Der Wagen war ein dunkelblauer Peugeot. Ein solcher Wagen ist gestohlen und heute aufgefunden worden. Allerdings mit Münchner Nummer. Dennoch nehmen wir an, dass dieser Wagen bei dem Mord an Bessmer benutzt wurde. Man hat einfach ein Wiener Nummernschild angefertigt und es auf das Vorhandene gesteckt. Das ist kein Problem. Angefertigt? Ja, aber... Ja, das heißt doch... Das heißt, dass die Morde von langer Hand geplant und vorbereitet wurden. Ja, das heißt es. Hat mit Wien gar nichts zu tun? Nein. Ein reines Ablenkungsmanöver. Der Mörder hat nämlich einen Fehler gemacht. So genial er auch vorgegangen ist. Er hat einen kleinen, lächerlichen Fehler gemacht. Drei Beine. Ja. Wer ist diese Dame? Das ist meine Mitarbeiterin. Drei Menschen haben mit dem Mörder gesprochen. Gesprochen? Telefoniert. Bessmer ist tot. Bleiben also Frau Bessmer und... Ja, und Sie. Ja, natürlich. Sie haben mir gesagt, der Anrufer habe mit Wiener Tonfall gesprochen. Ja, das hat er ja. Ich habe Frau Bessmer gefragt und sie sagt, nein, der Mann hat keinen Wiener Tonfall gehabt. Ach. Ja, dann hört sie sich. Ich habe ja hier mit dem Mann telefoniert. Sie waren ja dabei. Dabei? Waren wir dabei? Wir waren im Hof unten und wir hörten das Telefon läuten. Dann erschienen sie am Fenster und winkten. Wir liefen hinauf. Und da standen Sie hier und telefonierten und riefen, der Mann aus Wien. Ja, so ist es. Sie haben den Hörer aufgelegt und wir haben Sie nach dem genauen Wortlaut gefragt. Erinnern Sie sich? Ja, selbstverständlich. Und bevor Sie das Gespräch wiedergeben konnten, klingelte es erneut. Mein Bürowarmapparat. Von einem Rehbein, die mir mitteilte, dass mein Wiener Kollege das Mädchen gefunden hat. Ja und? Rehbein. Ja, das war nämlich so. Die haben von Wien angerufen. Ich wusste, wo der Chef war. Hier. Ich hatte die Nummer, also rief ich die Nummer hier an. Es hob jemand ab. Sagte ja. Legte aber gleich wieder auf. Es klingelte. Sie hoben ab. Denn nichts kam Ihnen gelegen aus das Läuten des Telefons. Das Läuten, das, das brauchten Sie mehr nicht. Sie drückten die Gabel sofort wieder herunter. Sie hatten das Amtszeichen, mehr nicht. Und redeten. Sie liefen ans Fenster. Sie hielten die Muschel zu. Und riefen, Herr Kommissar, der Mann aus Wien. Aber es gab keinen Mann aus Wien. Es gibt nur einen hundsgemeinen, hinterhältigen Mörder. Und das sind Sie. Was reden Sie? Was fällt Ihnen denn ein? Sie sind ja verantwortlich. Sie sind ja verrückt. Lass mich los. Was fällt Ihnen denn ein? Ich bin doch nicht verantwortlich. Meine Junge, was ist das? Sie haben keine Chance, Jochen Roth. Ich nehme Sie fest, das Mörder von Bessmer und Sasse. Und ich werde Ihnen nachweisen, dass Sie auch den Plan hatten, Ihren Onkel umzubringen. Herr Kommissar, ich verstehe das nicht. Jochen, ich kann das nicht glauben. Aber weshalb sollte es etwas tun? Deswegen nehme ich an. Deswegen. Wenn Sie sterben, gehört alles ihm. Aber es dauerte ihm zu lange. Was sollte er machen? Er konnte Sie nicht umbringen. Nicht Sie allein. Das Motiv wäre zu klar gewesen. Es ging ihm also nur um eins, das Motiv zu verwischen. Und da kam ihm die Idee. Ihre Reisen zu dritt. Mit Bessmer, Sasse. Und er nahm sich vor, die nächste Reise würde er ausnutzen. Denn er wusste ja, worum es sich handelte. Und er würde Bessmer töten. Er würde Sasse töten. Und dann Sie. Niemand würde auf ihn kommen. Wer sollte er? Und als Sie zu dritt nach Wien fuhren, da waren Sie eigentlich schon so gut wie tot. Der Einzige, der Verdacht geschöpft hatte, war Thiel. Er glaubte nicht an die Wiener Geschichte. Der Wiener Geschichte. Vielen Dank.